Schutzmaßnahmen für unsere Nutztiere werden notwendig sein. Aus dem einen Grund, weil die Raubtiere, die sind zum Teil schon da und sie werden kommen und wir werden intensiver uns damit auseinandersetzen müssen, egal ob sie bejagt werden oder nicht. Und deswegen ist es einfach notwendig, sich jetzt schon mit Schutzmaßnahmen auseinandersetzen, damit man, damit sozusagen die Bevölkerung und auch der Landwirt lernt, damit zu leben. Und ich denke mir, wenn wir nichts tun, dann werden wir früher oder später Schiffbrüche erleiden, weil, wie schon gesagt, die Raubtiere, die Wölfe oder unter Umständen auch die Bären werden zu uns kommen und spätestens dann muss man sich intensiv damit auseinandersetzen. Schiffbrüche